Hallo liebe Besucher von Gutscheinmagazin.de. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr eine Bestellung mit unseren Gutschein- und Rabattcodes bei Amazon einlösen könnt. Dazu surft ihr einfach auf unsere Seite www.gutscheinmagazin.de und gebt im Feld der Direktsuche Amazon ein oder sucht euch den Shop bei der Shopliste A-Z oder schaut auf der Startseite hier unten Amazon und klickt einfach auf den Banner. Dann öffnet sich ein Bildschirm mit sämtlichen verfügbaren Gutscheinen für den Shop von Amazon. Dort sehen wir hier zum Beispiel den Gutschein 2 Blu-rays für 15 Euro ohne Mindestbestellwert gültig für Neu- und Bestandskunden. Da klicken wir einfach mal drauf und führen diese Bestellung testweise aus. Dann werden wir mit diesem Klick sofort zum betreffenden Angebot auf Amazon weitergeleitet. Dann sehen wir oben, dass hierbei kein Gutschein erforderlich ist und wir wählen zwei Artikel aus, legen das in den Einkaufswagen und sehen dann hier in diesem Bildschirm, dass wir aktuell bei einer Summe von 16,94 Euro sind. Wir gehen zur Kasse und sehen dann hier in der Bestellübersicht, dass der Gesamtbetrag automatisch auf 15 Euro heruntergekürzt wurde. Das heißt, in diesem Fall hätten wir 1,94 Euro gespart, wenn wir über den Gutscheincode von Gutscheinmagazin.de bestellt hätten bei Amazon. Wir können euch also empfehlen, auf Gutscheinmagazin.de weitere Gutscheine einzulösen. Allein für den beliebten Online-Shop Amazon stehen hier vier interessante Gutscheine parat, die ihr gerne bei Gelegenheit einlösen könnt.